Und jetzt der Schuss! Der kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht! Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Nicht das Tor! Ja, der muss sitzen, da knallt er das Ding ans Aluminium. Er versucht es, aber der Ball geht doch weit vorbei. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Arne Meier! Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein. Sebastian Jung. Da ist die Flanke. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Molli getroffen hat. Absolutes Traumtor. Ja, guter Pass. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Einfach mal lang nach vorne und dann Prinzip Hoffnung. Und genau diese hat sich hier erfüllt. Da ist das Tor. Der Willi ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Sieg. Kein Tor, sie bleiben hier weiter im Spiel. Und wenn der reingeht, dann wird es natürlich ganz schwer. Aber so, weiter alles offen. Schöne Aktion. Da ist er jetzt durch. Der muss reingehen. Und da klingelt es im Kasten. Eine richtige Chance hier, aber kein Tor. Knapp war es. Schade. Knapp war es. Untertitel für funk, 2017 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.